Endspurt bei der Suche nach Pfingsten. Die erste Folge der Feiertagsreihe ist fertig. Naja, fast fertig. Ganz zum Schluss kommt nämlich noch die Sprachaufnahme, also der Text, den Reporter Julian über die Bilder spricht. Hallo, ich bin Julian Sengelmann und ich will mehr über unsere Feiertage herausfinden. Pfingsten zum Beispiel. Das verbringt ja jeder anders. Einige gehen in den Park, manche grillen auf dem Balkon und wieder andere machen was ziemlich Verrücktes. Sehr, sehr jung und sehr, sehr lustig. Das machen wir hier. Rainer? Hallo? Bist du schon da? Keine Angst Julian, isser. Rainer sitzt auf der anderen Seite der Wand, in der Tonregie. Zusammen mit Toningenieur Benni sorgt er dafür, dass es auch gut klingt, dass du auf die Bilder sprichst. Wenn nicht hier, wo dann? Diese Stadt ist seit jeher ein heiliger Ort. Ist ja auch gar nicht so einfach, oder? Und man hört es auch, wenn sich Schauspieler selbst synchronisieren, dann klingt das immer ganz furchtbar. Und das wollen wir vermeiden. Und deswegen machen wir jetzt weiter. Na dann, wollen wir mal nicht stören. Da bin ich wieder. Das Ergebnis können wir ja dann hören und sehen. Am kommenden Sonntag im NDR Fernsehen und auf NDR Kultur. Auf NDR! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017